Mache dich auf und werde Licht Denn dein Licht kommt Bei unserem heutigen Lied, da geht es um eine Melodie, die eigentlich ein Morgenlied ist. Morgenglanz der Ewigkeit. Und die hat diesen adventlichen Text bekommen, der sich größtenteils aus Texten des Buches Jesaja speist. Und wir hören jetzt auch ein Stück aus der heutigen Tageslesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus In jener Zeit kam Jesus an den See von Galiläa. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor ihn hin und erheilte sie. Gündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schrauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Gott naht sich mit neu erholt, dass wir uns zu ihm bekehren. Er will lösen unsere Schuld, ewig soll der Friede wehren. allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Ausgestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen. Quellen tränken dürres Land, überreicht die Saaten sprießen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Blinde schauen zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen. Zauben öffnet sich mit neu erholt, wie ein Hirsch, die Namen springen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Gott wird wenden Not und Leid, er wird die Getreuen trösten. Und zum All der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten. allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Herr unser Gott, bereite durch das Wirken deiner Gnade unser Herz, damit wir bei der Ankunft deines Sohnes würdig sind, am himmlischen Gastmahl teilzunehmen und aus seiner Hand die Speise des ewigen Lebens zu empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Und so segne und bewahre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!